WOLF FUSS Sie haben den Ball zurück! Robin Amrozil 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 Ibrahimovic Rovinja Sie kombinieren hier wirklich geschickt Sie greifen nochmal an Souverän den Ball erobert Die Abwehr muss jetzt die Ordnung bewahren Tilburg Da fehlt die Abstimmung Da schnappt sich einer der Gegner den Ball Er ist mit dabei Es fehlt jegliche Kontrolle über den Ball Einwurf Und da muss sich die gegnerische Abwehr spüren Können Sie was draus machen? Mario Gomez Mario Gomez Mario Gomez Der Ball kommt herein Der Torhüter hat ihn Bonera Er spielt ihn zurück zum Verteidiger Keine Anlagen zum Vorchecking Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit In der Abwehr spielen beide Mannschaften sehr konzentriert Vom Sturm kommt aber einfach zu wenig Kaum klare Torchancen Und wenn, dann waren beide im Abschluss zu überhastet Wenig passiert Spielstand 0 zu 0 Und weiter geht's 15 Minuten haben sie Pause gehabt Zeit zu reden Jetzt gilt's das Gesagte wieder umzusetzen Schöne Abwehraktion Und er ist da und kann den Schuss blocken Und eine weitere Ecke Direkt vor das Tor Optimale Schussmöglichkeit Pirlo Ibrahimovic Pirlo Ein phänomenaler Pass Robert Kommen sie noch einmal vor das Tor Robbe Die Murmel haben sie wieder Schön zurück gewonnen Sie probieren's noch einmal durch die Mitte Das musste der U-Parteisch einfach abweifen Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten Die Fahrle des Assistenten ist hoch und die Abwehrspieler sehen erleichtert aus Ich dachte auch erst kein Abseits Aber der Schiedsrichter hat alles richtig gesehen Jetzt sind fast 75 Minuten vorbei Abwehrspiel Abwehrspiel Ins Ausgeschlagen Einwurf jetzt Jetzt kann er die Flanke bringen Was für ein Goffball Der Tolte hat sich den Ball geschnappt Abwehrspiel 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 Das geht richtig gut, der Gegner kommt einfach nicht in den Sechzehner. Schöne Kombination. Ibrahimovic, da ist es. Na bitte, es geht doch. Er stahl sich da Richtung kurzer Pfosten davon und konnte den Ball dann ganz leicht versenken. Die letzten paar Minuten, ob sie sich noch eine Chance erarbeiten. Lahm. Und das war's. Die 90 Minuten sind um.